Prozent alle lebt mich jetzt das ist was ich mache und dann kommt jetzt sind alle wieder die Kampen Geht kaputt. Kaputt! Haben wir noch davon was? Jaaa, haben wir sowieso noch. So. Oh ja, davon haben wir genug. Jetzt muss ich nicht mehr durchs Wasser springen. Davon brenn ich mal ein bisschen. So. Ich glaube, ich gehe gleich ein bisschen auf die Kundschaft. Auf Kundschaft? Auf R-Kundschaft. R-Kundschaft. Die Kundschaft. Die Kundschaft? Nein. Bauen, bauen, bauen. R-Kundschaft. Ich habe Uran gefunden. Oh, ich habe Uran gefunden. Hör auf meiner Insel hier. Da wissen wir schon mal, was darauf später wird. Was? Nein, dass es hier eine Gewächshaus wird, das hier drauf. Haben wir auch. Wie kaum kommt hier ein Nuklearreaktor oben drauf, ey. Ich habe keinen Dreck mehr. So'n Scheiß. Nein. Welches Material ist das jetzt? Gar kein Material. Ich habe Hunger. Achso. 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 Wie viel, wie viel haben wir noch hier, ey. Boah. Noch ordentlich was vor uns. Wo sind eigentlich die Samen hier für? Was sagen eigentlich, oh, da gehe ich definitiv jetzt nicht hin. Wohin. Wohin. Vier Creeper bei unseren Bienen. Wohin. Wollte ich gerade mal vorbeigucken? Hast du schon irgendwo unseren Keller runtergegangen eigentlich geplant? Nee, noch nicht. Ich wahrscheinlich hier hinter. Aber hier so die Treppe da, so negativ runter. Negativ. Boah, hier rett man sich den Kopper. Darf ich hier draus nehmen? Ja. Ja. In Kritiksp. Achso, ich war ja wegen Dreck drüben. Stimmt. Ah, die sind schön. Ah, nicht deswegen. Dreck, 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 Dreck. Dreck, 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 Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Inventar voll. Äh. Inventar voll. Tun wir mal den Sand hier rein. Den Flynn. Und das da. Und das da. Oh, Kiste voll. Ich hab mal den. Okay. Ah, das möchte ich gern haben. Oh, ne. It's raining. It's raining. It's raining. Gut. Der draußen und der Krieg herumstockselt. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist Herbert? Es regnet. Scheiße. Jo. Okay. Ein Creeper. Fledermau. Flieg in die Freiheit. Nein. Ah, nein. Eine Spinne. Nein. Kein Strom mehr. Was hältst du denn das mal an? Hole. Komm, brenn schneller. Ja. Wir müssen endlich auf Kernkraft gehen. Oder Windkraft. Oder Solarkraft. Können wir sowas theoretisch machen. Oder auf Engine Power. Gibt's das hier auch? Engine? Meinst du Motor? Es gibt Dieselmotor. Dafür müssen wir so einen Diesel herstellen. Creeper. Wo kann ich dich am besten mal einsetzen, dass du meine Inselmeier ein bisschen weg springst? Geh mal da hoch. Danke. Ja, ich lass da drüben nur so BOOM! Ja, wenn mir ein Creeper helfen kann beim Ausheben... ...sag ich nicht nein. Glaub ich erstmal, solange hier mein Gedöns am Ofen brennt, gehe ich erstmal ein bisschen in die Hölle. Geh mal da um. Weil der Regen geht mir ein bisschen auf den Piss. Richtig. Mir ebenfalls. Soll ich auch mitkommen? Ja, kannst du euch kommen. Mein Übertar... Ja, da ist genug Platz. Ah, da kommt Skiller dann. Gib Gummi, gib Gummi. Aber ich habe kaum... Voll. Mein Schwert ist fast im Arsch. Spitzhack ist fast im Arsch. Komm gleich. Ja, mein Spitzhack ist auch fast im Arsch. Ich brauche zwei Sticks. Haben wir doch hier irgendwo nochmal... Da fliegen keine Sticks mehr rum. Mann, nur ein Stick fliegt hier irgendwie dumm rum. Wieso auch immer ein Stick hier rum fliegt. Ja und? Oh, was denn das heißt für Arsch dann? Aber ich werde diesen ein Stick produktiv nutzen. Für ein Steinschwert. Und die nutze ich für eine Spitzhack. So. Nochmal kurz was essen. Und... Aufzugucken. Ab in die Hülle. Kloster. Lass mich gleich ein Pig-Zombie angucken. Was ist das hier eigentlich? Was? Redstone, ne? Nee. Aufpassen, wenn du ein Ohr abbaust, dann greifen dich gerne die Zombies an. Ich hab schon mal Angst gehabt. Ach egal, soll sie mich angreifen. Oh, na. Die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Noch nicht. Ach. Ich hab noch nicht... Also ey, die Ors kannst du ruhig abbauen. Nur die, die... Links sind hier. Sag schnell. Boah, der ist schon geil auf mich da unten. Wie auch immer. Geil auf dich da unten, oder? Auf mich? Ja? Meinst du? Ich... Okay. Hast du denn? Ich hab ein bisschen... Ich hab ein bisschen... wie in die Leben gerade. Ah, da kommt einer an. Mein Schwert ist auch so halb im Hintern. Ah. 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 Das ist die. Ah. 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 Aua! Zwei Herzen. Pass auf, die da hinten sind noch welche. Die am Portal sind glaube ich ein bisschen gefährlich, ne? Ja, die sind gefährlich. Holy! Okay, okay. Halbes Herz, halbes Herz. Holy shit. Halbes Herz, tot. Holy shit. Ja, das war wohl nix, ne? Ne, das war nix. Ja, das springt da ran. Ja, das ist ein Zombie. Äh, okay. So, wo liegt... Aua! Nein! Warte, ich helfe! Wo ist das Schwert? Da ist das Schwert. Ich bin in meine Richtung gelaufen. Oh, halbes Herz. Leck mich. Hinter mir ist die ganze Hölle hinterher, habe ich das Gefühl. So, ich bin wieder mit dem Schert ausgerüstet. Komm wieder! Wo bist du? Okay, einige sind auch wieder auf mich geil. Ich bin abgehauen. Hab mich eingegraben. Ich hab keine Schwert. Scheiße. Ja, ich hab ne Bronzerhose von dir. Ich hab gar keine Rüstung mehr. Okay, da kommt ein Zombie-Picker an. Ich hab zwei Spitzhacken. Und die Superschaufel. Und was zu essen. Und mein Rucksack. Das war mir das Wichtigste. Mein Rucksack. Darf einmal, bringt der wenig, ne? Hä? Darf einmal, aber das bringt der wenig. Alter, ich komme. Du hast Schwerter von mir. Ich hab mir einen frisch gekräftet. Ja, allgemein. Du hast sauviel von mir. Ah, das ist geil auf mich. Alles was rotes gehört mir aus, ne? Plus Steinschwert. Hier hast du ne Hose. Plus Steinschwert. Ne, das ist deine. Du bist die ganze Zeit mit dieser Hose rumgelaufen. Ach, stimmt ja, da war ja. Wo ist mein Steinschwert? Nein? Ne, das liegt dahinten. Liegt da wahrscheinlich noch. Ich glaube, dir gehört der Lava im, oder? Nö. So, der ist an mir. Ja, hier ist ein Steinschwert. Ich hab eins. Alles voll übel zum Hintern. Hä? Ich hatte ein Hides. Ja, das ist da hinten wahrscheinlich noch. Weil da liegen noch einige Sachen. Nein. Nein. Oh mein Spitzer. Oh nein, mein Schwer ist losgegangen. Uuuuuuuh. Brauchst Hilfe? Geht schon wieder. Jetzt muss ich die Gegner schaufeln. Du sagst raus hier, ne? Ne? Da liegt noch ganz viel Scheiße rum. Da liegt noch meine Axt. So. Der Walle ist, glaube ich, dem Ding nur meine Torches. So, raus hier, Alter. Ja, hier draußen war da noch ein Dick-Zombie. Wo ist er denn? Hallo, Dick-Zombie. Du hast keine Freunde hier, ne? Move. 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 Guck da, rechts ist meine Brücke. Ja! Genau! Voll provisorisch. Nennt man doch provisorisch. Nennt man doch provisorisch. Oh. Oh, mein Toolbar ist schon wieder total durcheinander. Ebenfalls. Ich hab Gehirn in meinem Gewinner. Ich hab'n Kompass. Ich hab'n Kompass. Ich hab'n Kompass. Ich hab'n Kompass. Das ist deiner? Nö. Ich hab'n Kompass. Ich hab'n Kompass. Ich hab'n Kompass. Kleiner und ich bin gleich wieder da. Wir machen eine kleine Pause gleich wieder da. Ja. Ich hab'n Kompass.